Was ist die Hauptstadt von Südtirol? Es ist Meran. Ja, das tut mir leid. Ochsen. Wisst ihr, was der höchste Berg hier in Südtirol ist? Ochsenkopf. Der Ortler. Wie viele Einwohner hat Südtirol? Zehn Millionen. Zehn Millionen? Ja, da können wir aufhören. Da können wir es lassen. Was haltet ihr von den Südtiroler Einheimischen hier? Freundlich. Sehr friedlich, ja. Ich liebe sie. Nie. Blaunisch oder böse. Du Zauber, du Bleder. Nie mehr kommen. Amen.